Hier sind wir zurück zu FANTASY STAR ONLINE 2 Und wir machen die Desert Exploration jetzt Wo wir sehen das dritte Gebiet abhaken Ja Dann geht endlich raus aus der fucking Wüste Ich hasse Wüste Zum Glück Mal einen Schluck nehmen Ich hab gerade darüber geklagt Also ich hab schwitzen bin wie sauber als so warm ist So und wir hatten gerade ein Lava-Gebiet und zurück ein Wüste-Gebiet Oh ja Ich bin einfach nicht besser Ich bin jetzt Ach du Du hast doch was am Arsch Oh Ach der Wenn die auf dem Tutorial Ja Das ist ein Löwen-Tutorial oder sowas Ach nee stimmt du hast recht Da war doch kein Tutorial Ja 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 Das ist der Wie er mit seinem Protonen-Ding weggebombt hat Ich suche seinen fitten Struggle hinterher ein Ich suche seinen fitten Struggle hinterher ein Und tschüss Hast du ein Tor? Ja Das Ding ist für Level 14 ne? Ja ok Nur Geld Ich würde sagen Danach können wir ja mal die 19er-Quest machen Oh ja Ich glaube ich ein bisschen mehr Action Hier müsste ja eigentlich auch wieder ein Boss am Ende kommen ne? Ja genau Mal spannend was hier kommt Warte was war denn die 19er-Quest? Irgendeine Haupt-Quest die wir haben Ok Also von den Main-Quest Die Story-Quest? Ne ne nicht die Story-Quest Jedenfalls bei Main-Quest oder so Also Story-Quest und Main-Quest Das wird nochmal irgendwo getrennt ist Konnte man die Story-Quest jetzt eigentlich nur alleine spielen? Also die die ich jetzt gesehen habe Wir haben noch eine offen auf jeden Fall Die ist nur Solo Ja ok Aber anscheinend brauchen wir die ja nicht um irgendwie Progress zu machen Ne Deswegen lasse ich erstmal liegen Und mir alleine irgendwann nachholen Eigentlich dann vollkommen overpowered aber naja Da kommen schon mehr Crews auf jeden Fall Ja Oh, Rare Drop Schön Noch ein Rare Drop Wo ist der Rare Drop? Da ist der Rare Drop Gun Blades und so Ich erinnere mich hier auch ein bisschen als Starship Troopers Ja, stimmt Die Bugs Gibt's hier eigentlich überhaupt noch in der Distanz? Den Ausgang haben wir ja schon gefunden Echt? Hatten wir schon? Ich glaub der ist da im Norden Ach stimmt, ich kann mal gleich weitergehen sagen Ja, aber da gibt's jetzt auch nix mehr interessantes Ja Oh Was ist das eigentlich? Das hab ich auch keine Ahnung Ist ein Herz geklopfen? Have you heard a rumor? Irgendwas? Ist auf jeden Fall erschienen Aber was genau? Keine Ahnung Hm Wo genau weiß ich auch nicht Ja, geht mir aus dem Weg Ja Wie gesagt Ja, geht mir aus der Sonne Aber Ihr könnt ruhig in die Sonne gehen Ich Mag die Sonne nicht mehr Ne Wirklich nicht Das ist viel zu warm Ich weiß doch gar nicht wie ich machen soll Wenn's zu richtig warm wird Boah Damit lebe ich Hö, was ist das finde ich Geil Was? Was? Was bist du denn? Sie hat ja irgendwas von Lillipanz Use Emotes Man kann mit Wege zurückkeiten diese angucken ne Bitte Use Emotes Relay Was hat denn der gemacht für den Emotes? Ich hab keine Ahnung Gucken Linken Ich hab nicht drauf geachtet Achso ne Ähm Er zeigt Ähm Oder macht's einen Daumen hoch Oder irgendwie so Wenn man's falsch macht scheint der Äh Irgendwann Wiederholen Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Was war ich Ach hier das hier Salud Hier dieses Greed oder? Hm Kommt doch Macht irgendwie gar nix mehr Achso Du musst den angucken Wollte So Ich durfte dafür Das wäre echt das hier. Alles hier durch, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Tanz jetzt einfach, hier. Oh Gott, was das für ein Tanz. Wo? Ne. So, die Hände nach vorne, also die eine Hand so nach vorne los. Warte mal, warte mal. Warte mal. Vielleicht habe ich alle durch. Ist das nicht ein leichteres Emote sein könnte? Ich glaube ich habe alles durch. Ich glaube ich habe alles durch. Scheiße für ihn. Es sieht aus wie es Lovi Dovi Eis macht. Ich will ja eher so Knutscher gehen, das war es auch. Ja, auch schon. Schauen wir mal. Mein Alter musst du einfach hier dumm sterben. Warte mal. Warte mal. Mir fällt gerade was auf. Auf der Karte? Ja. Ja, da ist ein anderer rosa Punkt. Ach, was ist das Message? Ah. Das hier ist das Target? Oh, was? Warte mal. Kann ich mir jetzt einen Knutscher geben oder was? Warte mal hier vor umkommen. es ist hier noch so jetzt aber geschehen was der knutscher ja ich glaube schon der dafür reagiert jetzt macht er das weiter das ist auch nicht wir jetzt schon damit angefangen hat die fiescher mal vom leib aber das ist ja wenn ich die lösung doch doch voll treffer und der verbündelt sich jetzt okay 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 geschafft das war special mehr scheiß das nächste mal dass du die nächsten jahr das war eine special Rappen. Hast du eine jetzt für dich? Also, die ist gedroppt halt. Nicht von den Scheißviechern da. Von den Ewoks. Nee, die geben mir bestimmt nix. Oh, da geht's weiter. Ich hab natürlich lang kein Level mehr gemacht, weil wir wahrscheinlich hier viel zu weit drüber sind. Durch die ganzen Bäume und hier so kaputt macht ganz. Ja, kacktee. So, jetzt muss man doch hier. Ich will ja jetzt langsam dieses Gebiet hinter mir haben. Ja, ich auch. Nein. Nein, auf keinen Fall. Nein. Du kannst mich mal... Ich hoffe, die werden gefressen. Gehst du, nein. The Emergency. Ein Ewok will mit dir reden. Aber es ist keine Hauptquests, nur ne nebenscheiße. Einzige Hauptquests, die wir haben, ist die Final Area finden. Und Rare Drops. Das ist meine Hauptquest. Wir haben jetzt hier noch gar keine gefunden. Eine Special Reapon, die wahrscheinlich wieder nicht für mich ist. Ich hab das hier noch gar nicht Leon und ich will was sagen. Oh Gott, ich will was sagen. Oh. Schuss. Ich will's nicht. Alles. Und meine Meinung. Das ist halt. angezeigt wird der sowieso hier hat ein sehr gutes menü führung also dass du eigentlich nichts verpasst ja gesehen gerade es gibt vorgeschriebene makros ich weiß gar nicht was ich genau umgebracht habe das ist scheinbar diese fischer gerade da schon wieder so ein bohrer ich stehe jetzt einfach hier rum ne? ja naja ok jetzt haben wir so eine nebenkost dafür wo ist denn der ausgang hier achso der wäre da hinten wir sind einfach im kreis gelaufen dass ich gerade diesen bohrer warum auch immer ich das tue ok du machst gerade den bohrer? ja einen habe ich warte dann da die fischer rumbleiben hier ist es eigentlich schneller wenn wir beide das machen? ich glaube schon hier kommen aber die ganze zeit fischer so ok ja es geht scheinbar ja heiß die zeit läuft jetzt sowieso lange weiter ist ja es hat auch die restlichen dinge noch und dann hat mir den ausgang schon ja und noch ja wir hier hier bei mir ach so was gibt's ich weiß gar nicht auf der karte ich guck mal hier bei mir wenn ich hier runter gehe ja ich guck mal hier naja von den beiden wird's sein ich glaub bei mir nicht bei dir geht es noch um die ecke ne? doch oder? bei dir ist es bei mir, ah ja doch oh oh was avoid? oh nein ich hab hier so eine avoid ding ah ne das ist bei mir oder? ne hier ich muss so Dinger ausweichen so roten bällen ja ich auch da wir so rotes kurz gucken ob hier irgendetwas am ende ist wenn man schon so weit laufen kann ja hier ist eine angestelle und ein riesiges fiech ist da aber das ist wieder hier das monster-boss da ah ok da kam die kaputt hm vielleicht mal gucken wo wir diese photon drops abgeben können ich habe jetzt schon so viele von denen so ich komme mir jetzt einfach mal entgegen hm der hält zwar viel aus aber naja er kann nix wo ist er hin? ach da hm jetzt hört es mich noch mehr an monster hunter ich habe ihm eine platte abgeschlagen von seinem bein und wieder eine platte weg um tot ähm los Ich bin hier in so einer Kuppel gefangen Ach da Ich habe so ein Ding verfolgt Ich kann da auch nichts machen Ich muss wahrscheinlich irgendwie sicher hier kämpfen Dieser Balken geht runter da rechts Ja, das muss halt dann zerstört werden So You did it So, jetzt aber zu dem Ausgang Ja Gott, jetzt sehe ich am anderen Ende der Karte Da kann ich mir noch ein paar Nicknacks essen Pick the emergency Nein Ich bin zu weit Nee Ich habe mich gerade noch den Mac gefüttert Ach so Gut, was du sagst Perfekt So gut, dass du im Menü rumcruisen kannst Und trotzdem hier noch steuern kannst Ja Kann ich nochmal füttern jetzt glaube ich Ja Wann, wenn der was Neues lernt Und sich entwickelt Ist ja schon ganz cool, dass der immer so über die Schulter rumfliegt Ich bin gespannt, der hat ja auch eine Auto-Attack scheinbar Was So ein Photon-Ding Oh, endlich So So Hier ist auch zweck der Tilt-Deporter zum Boss Ach cool Ach cool Da bin ich gespannt Oh Das ist äh Ja Der Käfer, den ich vorhin umgebracht habe Oh, okay Es sind zwei Käfer Autsch Autsch Ach so viel für gut schaden Wow Oh, ich werde hier festgehalten Oh Ich werde Fressen Au Kann man sich hier irgendwie befreien? Ich glaube nicht Hey, mein Mac hat mich geheilt Ach cool Hattest du denn wenig Leben noch? Ich hatte eigentlich noch über Hälfte Ja, deswegen hat mich das ein bisschen gewundert Aber ich werde mich nicht beklagen Ah, da ist der Schwab gut Weil er ist das tot Autsch Achtung Das ist ja ein so Ups Ich habe schon erst den Loot aufgeschossen Haha Nur Mist Ja, hat schon wahrscheinlich Blut Noch hier Wiehle Göser Weil ich soでは Komphúsica Westen sind sie dann nicht mehr? Ne, ich habe gerade auch geguckt Natürlich Rang S, was auch sonst. Oh, bei mir ist hier ne Geschenkbox. Oh ja, mir auch. Ah, die Rappi? Okay, hat mir einfach so'n Muster gegeben. Talia machen. Und Armor. Ah ja, ne Special. Ah, eine Partisane. Ah, ein Gunplay, toll. Einer, shit. Wow. Auch. Das, ich kann's nicht tragen. Scheiße. Backmower füttern. Okay, so. Ah, ist ganz gut, wenn ich ein paar Monomates fütter, weil dann geht der Deck-Support runter, den ich nicht haben will. Äh. Das, 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 das. Ja, was hab ich noch? Rüstung hier. Gott. So viel Zeug. Ich hab schon ewig keine Besseres zu meinem Problem. Wow. In dem Moment, in dem ich's sage, find's tatsächlich was Besseres. So, als nächstes kommt die 19er Quest, ne? Ja, würd' ich sagen. Ja, cool. Das, würd' ich sagen, mach mal bei der nächsten Folge. Ja, klingt gut. Ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.